Mark Ruffalo gilt als einer der herausragenden Charakterdarsteller seiner Generation. Sein Talent erstreckt sich über ein breites Spektrum von Genres, von Drama über Thriller bis hin zu Superheldenfilmen. Hier für euch seine besten Performances. Platz 5 Spotlight In diesem Oscar-prämierten Film verkörpert Mark Ruffalo den investigativen Journalisten Michael Resendis. Seine lebendige Darstellung zeichnet sich durch eine nuancierte Sensibilität aus, während er gemeinsam mit einem Team von Reportern den sexuellen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufdeckt. Ruffalo verleiht der Rolle Authentizität und Emotion, was zu einer überzeugenden und kraftvollen Leistung beiträgt. Platz 4 Zodiac In David Finchers düsterem Kriminaldrama Zodiac überzeugt Ruffalo als Inspektor David Toshi. Seine Darstellung eines engagierten Ermittlers, der versucht, den berüchtigten Zodiac-Killer zu fassen, ist durchdringend und voller Integrität. Ruffalo verleiht der Figur eine bemerkenswerte Tiefe und Komplexität, was zu einem herausragenden Beitrag zu diesem spannenden Thriller führt. Platz 3 Shutter Island Mark Ruffalo spielt in Martin Scorseses düsterem Thriller Shutter Island die Rolle von Chuck Hall, einem US-Marshal. Seine Zusammenarbeit mit Leonardo DiCaprio bringt eine fesselnde Dynamik auf die Leinwand. Ruffalos nuancierte Darstellung eines Ermittlers, der mit den mysteriösen Vorkommnissen auf einer psychiatrischen Insel konfrontiert ist, trägt entscheidend zur Spannung des Films bei. Platz 2 Foxcatcher In Bennett Millers Foxcatcher verkörpert Ruffalo den Olympischen Goldmedaillengewinner David Schulz. Seine kraftvolle Darstellung eines Athleten, der in die Kontrolle des exzentrischen Multimillionärs John Dupont gerät, brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein. Ruffalos preisgekrönte Leistung vermittelt die emotionale Komplexität dieser wahren Geschichte auf beeindruckende Weise. Platz 1 The Kids Are Alright In diesem familiären Drama verkörpert Mark Ruffalo die Rolle von Paul, einem Samenspender, der das Leben einer lesbischen Familie auf den Kopf stellt. Seine Performance ist geprägt von einem feinfühligen Gleichgewicht zwischen Scham und Unsicherheit. Ruffalo verleiht Paul eine tiefe Menschlichkeit, die die Zuschauer mit seinen Herausforderungen und Emotionen verbindet. Seine Leistung verleiht der Figur eine komplexe Authentizität und macht sie zu einem herausragenden Element in diesem preisgekrönten Film. Schreibt uns in die Kommentare, welche eure Lieblingsfilme mit Mark Ruffalo sind und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um künftig keines unserer Videos zu verpassen. S Nereden Sie sind in die depositeducht? S these live drei End soaked. Christophe 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 Untertitelung des ZDF, 2020